9 Sekunden vom NRZ Leipzig, Erik Bannwald. Auf der 4, mit seiner persönlichen Messleistung, 13,35 Sekunden, ist der Sinter der ewigen deutschen Messenliste. Vom NRZ Leipzig, Alexander John. Auf der 5, der 2. der deutschen jahres Messenliste, hinter Greve und Rabler, 13,57 Sekunden. In Bronze, letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften, Nebelaufenspeich. Vom NRZ 2 Brücken, Marlon O'Long. Und auf der in dieser Saison schon 13,60 Sekunden gelaufen, Silber bei U23 Europameisterschaften, damals in Erfurt 2005. Vom TV Wattenschein, Willi Matisic. Den deutschen Vizemeister des letzten Jahres, den sehen wir hier auf der 7. 5. der neuen Weltmeisterschaften. Vom Hamburger SV, Elke Schwarzer. Und auf Bahn 8, der deutsche Meister des Jahres 2009 und 2010, also der Titelverteidiger von der Ecke Offenburg, Matthias Bühler. Das ist das Finale. 110 Meter Höhenung der Männer. 1. 1. 1. 2. 4. 6. 5. 6. 5. 6. Die Jungs aus der Kante. Der Kante vom Wolfgang von Mürnberg hat gewonnen, Alexander Leibold. Der Kante bei Marla Rostock. Sind die Dich zusammen auch mit der Kühle draußen dabei? Ist das endlich klar? Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen sage ich es auch nicht, wen ich vorhin gesehen habe. Und warte lieber auf das, was wir gleich von der Auswertung bekommen haben. Und wenn ich hoffentlich ein Foto-Finish, ein hübsches Foto, das nicht vergeht, wäre der Freude.